Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tech Review auf Bika-Tastisch. Mein Name ist Bika und heute zeige ich euch das Programm Autoduck in Realtime und was es kann. Auch gibt es ein kleines Giveaway in diesem Video, bleibt also dran. Und damit herzlich willkommen zurück zu dem Autoduck in Realtime Tech Review. Ich möchte euch heute zeigen, was dieses Programm kann, woher es kommt, wie man es einstellt und warum ich es so toll finde. Während ich jetzt gerade rede, blende ich oben nochmal ganz kurz den Link zu dem englischsprachigen Video ein, zu diesem Let's Test. Das sage ich jetzt ganz einfach mal so, Tech Review. Und zwar gibt es das nämlich auch auf Englisch, weil es einfach meiner Meinung nach jeder sehen sollte und nicht nur die deutschsprachigen Räume. So, ja wie schon erwähnt geht es heute um das Programm Autoduck in Realtime. Und das hat natürlich einen direkten Bezug zu meinen Let's Plays oder zu meinen, anders gesagt, häufig auftretenderen Videos, nämlich den Let's Plays. Und gut, um jetzt zu zeigen, wie das Ganze funktioniert, müsste ich zwar ein Spiel starten, habe mir aber eine andere Variante ausgedacht und zeige jetzt erstmal, wie das Programm funktioniert. Das Programm ist für mich eine große Zeitersparnis, denn ich bin hauptberuflich immer noch im Serviceaußendienst tätig und habe deshalb nicht viel Zeit, da ich viel unterwegs bin. Möchte aber dennoch mein Hobby, das Let's Plays oder allgemein Videos aufnehmen für YouTube, nicht unbedingt komplett aufgeben. Mache das ja auch sehr gerne, allerdings ist diese Phase von Schneiden und Hochladen, Bearbeiten und so weiter, dann doch relativ lang gegenüber der in Anführungszeichen kurzen Zeit, die ich aufnehme dann für ein Spiel zum Beispiel. Daher sind solche Programme wie Autoduck in Realtime doch sehr angenehm, da sie mir viel Zeit ersparen. Wenn ich dann meine Videos aufnehme, ist es halt vom Vorteil, wenn ich die Kommentarspur und den Spielesound zusammen aufnehmen kann und nicht dann zum Beispiel die Kommentarspur mit Audacity aufnehmen müsste, um sie dann hinterher zu bearbeiten. Dann in einem Videobearbeitungsprogramm meiner Wahl, in meinem Fall wäre es zum Beispiel Premiere, dann halt unter die Videospur zu legen, um dann letztendlich die ganze Sache abzumischen und fertig zu machen. OBS, das ich hier zum Aufnehmen benutze, das zeige ich mal hier. Das ist OBS, also Open Broadcaster Software, ist für mich eines der besten Programme zum Aufnehmen. Man kann viel einstellen, man kann es relativ leicht einstellen und wie man sehen kann, kann man hier Desktop-Audio bzw. im Fall von einem Spiel dann halt auch ein Spiel-Audio hier aufnehmen und auch die Lautstärke einstellen, allerdings nur starr. Das heißt also, diese Einstellung bleibt so wie ich sie hier habe und müsste sie aus dem Spiel heraus gehend dann nochmal ändern, wenn ich dann denke, ach es ist zu laut jetzt im Hintergrund oder ich bin zu leise oder was auch immer. Also wenn ich etwas ändere, müsste ich das hier tun und dafür müsste ich halt aus dem Spiel raus, was mich natürlich auch viel Zeit kostet eventuell, weil ich das nochmal schneiden müsste oder ich finde dann halt zwar den Weg, das in Kommentaren unterzugeben, aber finde es halt irgendwie auch nicht schön. Gerade zum Beispiel auch bei Shootern, wenn es halt laute Umgebungen sind, ist es halt angenehmer, wenn ich dann einen Sound habe, der sich anpasst. Das bedeutet also, wenn ich jetzt meine Tonspur drauflege, nicht dann zu leise ist, wenn es laut wird oder wenn dann halt so eingestellt normal ist, wenn es laut ist, dann aber auch viel zu laut, wenn es leise ist. Sage ich dann kurz nichts, weil es vielleicht eine leise Passage gibt, dann aber schnell wieder laut wird oder ich sage dann was, während es eine ganze Zeit lang ruhig war, explodieren einem ja die Gehörzellen. So, das Zeitliche hatte ich jetzt schon angesprochen, ja zu meinem Equipment ganz kurz, ich habe ein AUNA 900C USB Mikrofon, weshalb ein kleines Mischpult halt auch automatisch gar nicht in Frage käme, es sei denn ich kaufe mir ein neues Mikrofon. Da ich das aber aus Zeit- und Geldgründen nicht mache oder machen kann, habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, jetzt den Ton direkt anzupassen, während ich spiele. Da habe ich in meinen YouTube-Kommentaren einen netten Kommentator gehabt, der mir dann gesagt hat, guck mal nach Autoduck in Realtime. Ich habe dann ein bisschen rumgeguckt und bin doch echt sehr begeistert, was da auf mich zugekommen ist. Und nicht nur, dass das Programm sehr gut ist, sondern auch, dass der Support vom Hersteller echt meiner Meinung nach sehr, sehr toll ist. Auch deswegen, weil ich dann angesprochen habe, ob ich nicht ein Tech-Review oder ein Review zu dem Programm aufnehmen darf und er mir das natürlich zugesagt hat. Und nicht nur das, sondern auch noch ein kleines Give-Away, was innerhalb dieses Videos kommt, dann versprochen hat und ich denke, er wird es auch halten. Und abgesehen davon bin ich doch sehr beeindruckt davon, dass jemand, der mich oder allgemein meine Arbeit gar nicht kennt, einfach mal eben das anbietet. Ich meine, das Programm kostet 19 Dollar und es ist seinen Preis wert. Muss ich jetzt einfach mal sagen. Jemand, der ein normales Mikrofon hat und das Geld, der kann sich auch gerne ein normales Mikrofon und ein Mischpult kaufen. Darüber dann natürlich einiges regeln und auch viel einfacher regeln. Individueller Regeln nennen wir es einfach mal, nicht einfacher. Ich bin der Meinung, das ist zwar eine sehr gute Variante. Für jemanden, der aber jetzt kleiner Let's Player ist oder nur kurze Videos aufnimmt oder nicht so viel aufnimmt, der hat es natürlich dann einfacher, wenn er das so macht wie ich. Das Ganze kann man dann hier herunterladen. Das zeige ich ganz kurz. Und zwar einmal die autoduck.com, auto-duck.com. Dort landen wir dann gleich bei einer Hauptseite, die uns natürlich das Programm wahnsinnig anpreist. Natürlich auch gleich mit einem Great Price von 19 Dollar für eine Single Lizenz dann anpreist, einen schönen Support und so weiter anbietet. Wer es gerne testen möchte, kann das Ganze mit der Trial-Version machen. Das funktioniert einwandfrei, wie es hier versprochen wird. No Adware, no Spyware, no Toolbars, no Viruses, 100% clean. Stimmt tatsächlich. Man kann allerdings dann nur für 10 Minuten aufnehmen. Beziehungsweise nicht aufnehmen kann man dauerhaft, aber es funktioniert halt nur für 10 Minuten. Was vom Hersteller sehr häufig passiert ist, dass er hier Discount-Codes rausgibt, eben gesehen 30%. Ich habe auch 20 und 10% schon mal gesehen. Also es gibt immer wieder Discount-Codes, die man da irgendwo bekommen kann. Ich war leider ein bisschen dumm und habe die nicht gesehen. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe hier auch 19 Dollar ausgegeben, um den Guten doch ein bisschen zu supporten. Und nach der Mail oder nach den Mail-Kontakten, die ich mit ihm hatte, bin ich immer noch der oder noch mehr der Überzeugung, dass diese 19 Dollar gerechtfertigt sind. Also ich lenke jemanden, der aufnimmt, am YouTube Videos zu machen. Dem brauche ich nicht erklären, wie ein Download funktioniert oder eine Installation von einem Programm. Denn das ist relativ einfach. Da wird man ja mit Next, Next, Next durchgeführt. Keiner, den ich kenne, hat jemals die AGBs gelesen. Nichtsdestotrotz, hier kann man die Version 2.0.4, die derzeit aktuelle Version herunterladen. Oder wenn man möchte, die 2.0.3 oder die Vorgängerversion 1.3 herunterladen. Ich lasse das Ganze hier übrigens, wie man vielleicht erkennen kann, auf Windows 10 laufen. Ein bisschen abgespeckter Windows 10, wie es hier aussieht. Nein, nicht ganz, denn ich nutze das Ganze auf meinem Dual-Monitor-Setup. Was bedeutet, ich habe hier einfach gerade keine Uhr. Und meine ganzen vorbereiteten kleinen Fenster, die sind auf der linken Seite. Und auf der rechten Seite ist jetzt mein kleines Aufnahmestudio, nenne ich es jetzt mal. Wenn ihr das Ganze dann runtergeladen habt und installiert habt, dann sieht das folgendermaßen aus. Es ist sehr gut zu handhaben und sehr einfach zu handhaben, wie ich finde. Und wie das Ganze bei mir eingestellt ist, kann man jetzt hier auch gut erkennen. Ich habe das Mikrofon als Eingabequelle angegeben, kann hier aber auch noch viele weitere Eingabequellen eingeben. Als Beispiel das Programm Teamspeak zum Beispiel. Und wenn zum Beispiel bei einem Twitch-Livestream im TS gesprochen wird mit Hintergrundmusik, dann ist es halt zum Beispiel so, dass man ja selber spricht und dann soll die Musik runtergeregelt werden. Und wenn dann jemand im TS ist, dann möchte man ja nicht, dass derjenige dann gar nicht verstanden wird, weil die Musik dann hochregelt, sondern dann sollte halt auch diese Spur, also dieses Programm runtergeregelt werden. Ja. So. Sagt dann halt keiner was, wird die Musik wieder hochgeregelt, sodass immer so ein gewisser Level an Ton da ist. Also ob es jetzt Sprache ist, ob es Musik ist oder Spielsound oder was auch immer. Für die Output-Seite kann man auch einzelne Programme angeben, wie zum Beispiel Spotify, AIMP, Winamp, was auch immer, man da geregelt haben möchte. In meinem Fall möchte ich halt alles herunterregeln, wenn ich rede und habe daher All but Selected ausgewählt, damit alles auf meinem Rechner heruntergeregelt wird, wie zum Beispiel Spiel, Musik, Windows Sounds und so weiter und so fort. Denn da muss nicht jedes Mal das Spiel oder das Programm hinzufügen, wenn eine neue Aufnahme beginnt, sondern kann das einfach alles so lassen. Um die Zeit einzugeben, die vergehen darf, bis das Programm regelt, kann man hier oben, ich zeige das ganz kurz, Start-Fade-Duration, den Schieberegler benutzen und den habe ich hier bei mir auf 50 Millisekunden gestellt. Das ist die Zeit, bis Autoduck wirklich reagiert. Damit kann man zum Beispiel Wortfetzen, kleine Huster oder anderes gut weghalten. Ich allerdings mache das noch etwas anders. Ich nutze dafür ein Programm namens Mic Mute. Den Link packe ich in die Beschreibung rein, welches mit einer Tastenkombination das ausgewählte Mikrofon systemseitig stumm schaltet. So, ich zeige das auch mal eben ganz kurz. Ich muss das nur mal eben öffnen. Es ist auch nicht sehr spektakulär. Es sieht nämlich so aus. So, wie man jetzt sehen kann, ist das Mikrofon natürlich on. Mit meiner Tastenkombination, die ich eingegeben habe, kann ich das ausschalten. Ich drücke das mal. Und wieder eingeschaltet ist es natürlich so, man kann sich das dann auch noch mit einem kleinen Symbol in der Taskleiste anzeigen lassen. Das ist dann rot und schwarz. Device ist auswählen, ganz einfach. Auch das, was man muten möchte, in dem Fall halt mein Mikrofon. Und bei mir halt einmal Setup Shortcut Alt und Shift, weil ich denke, dass die passiven Tasten besser sind als aktive Tasten, wie zum Beispiel WASD. Wenn ich jetzt als Gamer WASD selbst mit Shift dann irgendwo nutzen würde, dann hätte ich halt das Problem, dass in dem Moment dann auch das Mikrofon stumm geschaltet wird. Wenn ich zum Beispiel renne und nach vorne mich bewege, also Shift und W, dann hätte ich halt eine tolle Tastenkombination. hätte aber das Problem, dass bei einem Shooter, wo halt nach vorne rennen mit Shift festhalten, dann benutzt wird, dann halt das Mikrofon stumm ist. Deswegen habe ich diese Passivtasten benutzt. Ja, das ist aber nur ganz kurz zur Erklärung. Darum soll es heute nicht gehen. Wie gesagt, das Programm gibt es in der Beschreibung. Das ist auch so ziemlich mein einziger Kritikpunkt an Auto-Duck in Realtime, dass hier dieses systemseitige Mikrofon-Muten nicht mit einem Shortcut möglich ist. Es gibt zwar die Möglichkeit Hotkey for Instant Ducking, dass ich dann halt etwas über einen Hotkey, wenn ich den drücke, dann automatisch ducke. Es ist so wie Push-to-Talk, nur halt für die Ducking-Methode. Aber es gibt halt meines Wissens nach, ich kann auch blind und, keine Ahnung, doof sein, aber ich habe nichts gefunden, wo ich dann einen Shortcut eingeben kann und das Mikrofon, also mein Input-Channel mute. Da sollte es da was geben und jemand sagt, Mensch, du bist doof, da gibt es das, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare oder lasst es mir anders zukommen. Ich nehme das dann gerne in ein weiteres Video auf, korrigiere mich da gerne. Und ja, falls nicht oder es wird in der nächsten Version oder in einer der nächsten Versionen gefixt oder es wird nachgebessert, dann würde ich das natürlich dann auch nochmal kommunizieren und ich finde es halt persönlich sehr, sehr gut. So, bei dem Regler für Max-Pause kann man einstellen, wie lange eine Sprachpause maximal dauern darf, bis Autoduck wieder mit dem Hochregeln beginnt. In meinem Fall spiele ich noch etwas mit der Einstellung herum, da es hier einiges zu beachten gibt. Holt man Luft oder denkt kurz nach, regelt natürlich schnell der Sound wieder hoch, was manchmal ziemlich unangenehm klingt im Endprodukt. Ich habe mit 1060 Millisekunden derzeit meinen Favoriten gefunden und komme damit gut klar. Jeder sollte da aber selber testen, was einem mehr liegt. Das ist dieser hier, der Max-Pause. Den kann man halt noch wirklich bis ganz weit ziehen. Finde aber 1060 schon sehr, sehr viel. Weiß nicht, ob das in einer Situation wie der Normalmoderation sogar schon viel zu viel ist. Aber das ist, wie gesagt, eine Sache, die man selber prüfen und testen sollte. So, direkt da drunter, also hier, ist diese Endfade-Duration. Der Regler regelt die Zeit, die das Programm benötigen soll, bis der Fade-Out vollständig ist. Also die Zeit ab Ende reden plus Pause. Also ab Ende von Ich-Halte-Den-Mund plus den 1060 Millisekunden in diesem Fall bis zum 100% vollständigen Sound. Das zeige ich dann aber gleich auch nochmal, wie das aussieht in Live. So, in den Channels to Duck kann man, wie erwähnt, viele Programme einstellen und diese dann auch noch für sich einstellen. Ich habe hier die Lautstärke 16 als leiseste gewählt, also hier, um noch während des Redens im Hintergrund den Spielsound zu haben und um 100, um dann nach dem Reden wieder alles mitzubekommen. Also das Maximale ist dann wieder 100. So, wenn man dann seine Einstellung gefunden hat, kann man das Ganze oben bei Preset, also hier, mit einem Wunschnamen abspeichern. Ich habe das bei mir jetzt mal mit Standard gemacht und dann brauchen wir nur auf Speichern drücken. Ich habe das jetzt bei mir in dem Fall schon natürlich vorhanden und ersetze das jetzt einfach mal, kann das auch löschen oder, wie ich das sehr geil finde, mit anderen Leuten sharen. Ich kann zum Beispiel aber auch bei More Presets die Einstellungen von anderen Usern hier oben vom Autor Autotag selber oder halt hier unten von einigen Autoren, Nutzern, was weiß ich, dann halt runterladen und testen. Manchmal sind sie gut erklärt, manchmal muss man sie runterladen und dann gucken, was es ergibt. Sowas hier ist natürlich immer sehr, ja, wenig hilfreich, weil das ist nix. Da wird wahrscheinlich vielleicht sogar jemand aus Versehen auf die Taste gekommen sein. Finde ich sehr gut, wenn man jetzt sagt, ich habe aber die 2 Version 2.0 irgendwas, wobei ich nicht weiß, ob die Presets hierfür auch für 2.0 gelten. Kann man halt hier oben den Haken reinmachen. Dann sind nur die Sachen, die für 2.0x da sind, hier aufgelistet und die kann man dann benutzen. So, das finde ich übrigens sehr schön. Das Ganze wird auf dem Autodag-Server geladen und gespeichert und ist halt nur über dieses Programm sichtbar. Das kann man auch nur darunterladen. Alles in allem, es ist ein sehr schönes und rundes Programm und um zu zeigen, wie das Ganze in der Praxis funktioniert, habe ich hier ein Beispiel mit Ton im Hintergrund. Um hier irgendwelche Copyright-GEMA oder Strike-Probleme vorzubeugen, habe ich neutrales Meeresrauschen genommen. Nimm das, GEMA! Und um das Ganze jetzt erstmal zu zeigen, wie das Ganze ohne das Autodag klingt, während ich rede, mache ich das einfach jetzt mal an. Von Anfang an. Jetzt schalte ich das Ganze mal ein und wie man hören kann, schaltet jetzt die Musik automatisch runter und bzw. die Musik ist relativ, es ist ja Meeresrauschen und wir sind hier auf 16. Wenn ich das Ganze jetzt auf, sagen wir mal, so 0 runterschraube, dann haben wir gar nichts mehr im Hintergrund und diese Pause ist halt, diese 1060 Millisekunden, das ist halt etwas mehr als eine Sekunde. Wenn ich jetzt kurz Pause mache, dann hat man gesehen gerade schon, dann fängt dieser Ton wieder an hochzuregeln und diese 1090 Millisekunden, äh, 1900 Millisekunden, sorry, sind halt die Zeit, die er jetzt von hier bis da braucht. Ich stelle das jetzt mal wieder so auf 16 ein, so wie ich es hatte. Da, 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 so und jetzt höre ich mal auf zu reden und dann sieht man, wie diese 1900 Millisekunden sich auswirken. Ja, also die Zeit, die er dann gebraucht hat von Anfang Fade bis Ende Fade, das sind diese 1900 Millisekunden, 1060 Millisekunden sind dann die Zeit, bis er überhaupt anfängt zu faden. So, ähm, jetzt machen wir das Meeresrauschen mal eben wieder aus und machen hier mal wieder auf Stopp und jetzt sieht man auch, hier regelt gar nichts mehr, hier bleibt jetzt alles auf 100% so wie gehabt, aber jetzt habe ich ja auch nichts mehr laufen. Und, ähm, ja, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nichts weiter mehr zu erzählen. Ähm, achso, ich könnte noch kurz zeigen, wie das Ganze dann auch in OBS aussieht. Und zwar kann man ja jetzt hier sehen, Desktop-Audio ist stumm, da ist nichts mehr, weil ich auch jetzt nichts anderes auf Desktop-Audio habe. Ähm, meine Mikrofonspur sieht man unten ganz gut. Jetzt mache ich mal wieder den Spotify, äh, ganz kurz, ich mache mal eben Spotify an. So, jetzt hat man gesehen, wie laut das sein kann. Das war bis hier und jetzt sind wir ungefähr hier. Jetzt halte ich mal nur mal eben den Mauszeiger hier hin, wo ungefähr der Sound war und, äh, höre mal auf zu reden. Ja, und jetzt sieht man sehr gut, das war das Maximum sogar hier. Also, es ist schon unglaublich, wie viel man da machen kann oder wie viel das auswirkt. Ähm, es ist sehr, sehr angenehm, ähm, das Ganze jetzt im Hintergrund laufen zu lassen. Es, äh, wirkt sich auch so, ich habe es jetzt noch weiter laufen auf Start. Ähm, man sieht hier auch, äh, wenn man das vorher beobachtet hat, die CPU hat sich nicht wirklich verändert. Ich nehme das Ganze in HD auf, HD 60 FPS, ähm, und das zwar, äh, den ganzen Bildschirm. Das heißt also, das ist das, was eigentlich am meisten jetzt, äh, hier zieht. Und ich denke, da kann man mit Recht behaupten, dass Autoduck eigentlich so gut wie gar nichts verbraucht. Ähm, selbst also kleine Maschinen sollten damit sehr gut klarkommen. So, ja, das war das Programm soweit. Ähm, ich gebe dem Ganzen einen dicken Daumen nach oben. Und bis auf den einzigen Kritikpunkt, das Mic mit einem Shortcut stumm zu schalten, habe ich nichts an dem Programm auszusetzen. Um das Ganze mal zu testen, kann man die Try-Version, wie gesagt, für eine Dauer von je 10 Minuten testen und runterladen. Um aber den vollständigen Genuss zu erhalten, solltet ihr die 19 Dollar investieren, eventuell sogar mit einem Discount-Code. Das heißt also 10, 20 oder 30 Prozent teilweise sparen. Ähm, äh, und, ja, ich würde es auf jeden Fall supporten. Aber, jetzt noch zu dem versprochenen Giveaway. Der Hersteller hat mir freundlicherweise 10 Lizenzen zur Verfügung gestellt, die ich auch gerne an euch verteilen dürfte und möchte. Das möchte ich nämlich hiermit tun. Und wie das Ganze funktioniert, erkläre ich euch jetzt. Sucht euch bitte ein soziales Netzwerk aus, also Facebook, Google Plus, Twitter oder sonst irgendetwas. Teilt dort dieses Video und kommentiert es mit dem Hashtag Autoduckisawesome. Wichtig, bitte stellt diesen Beitrag auf öffentlich und schickt mir bitte den Link zu dem Beitrag an die E-Mail-Adresse auto-duck at bottleboys.org Steht auch gerade in dem Video. Und wenn ihr das gar nicht wollt, dann kommentiert bitte dieses Video einfach mit Hashtag Autoduckisawesome. Aber, dann zusätzlich mit einem, ja, ich sag mal, Bericht oder einem Wunsch oder seid kreativ. Schreibt irgendetwas herein, warum ihr das Programm gerne haben wollt oder was ihr daran besonders toll findet. Oder schreibt mir einfach irgendetwas dazu und nicht sowas Einfallsloses wie weil ich will's haben oder weil ich das gerne möchte oder keine Ahnung was. Sondern seid ein bisschen kreativ. Ja, das Ganze geht bis zum 15.12.2015 und anschließend werde ich dann ein Video drehen, wo die Gewinner veröffentlicht werden. Und damit sind wir auch am Ende dieses Videos angelangt und ich möchte mich fürs Zuschauen bedanken. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, stellt sie gerne in die Kommentare. Wenn's einige mehr werden, werde ich dazu noch ein Video machen. Ansonsten dürft ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Einen Daumen nach unten, wenn's euch nicht gefallen hat. Aber schreibt mir dann bitte in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat, damit ich es für die nächsten Male besser machen kann. Für die Tech-Reviews könnt ihr auf der linken Seite mein letztes Tech-Review und zwar zum Lightpack einmal klicken. Und auf der rechten Seite seht ihr ein Let's Play und zwar das Brutal Legend Let's Play, was eigentlich relativ neu ist. Das könnt ihr mit anschauen. Macht auf jeden Fall Spaß. Und wenn ihr up-to-date bleiben wollt, was Videos angeht, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Auf der linken Seite seht ihr den Subscribe-Button. Da dürft ihr gerne einmal draufhauen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Irgendwas. Bis bald. Allons-y. Beschreib-Button hier. Bis bald. Tu w enoughращ hast je designing? Danach. Ich bin Noveld.